die die blöde alles mögliche aber es ist ja auch alles nur übergangsweise wir werden ja aufs Zola Penals gehen ja irgendwann in ein paar Stunden ich habe wenigstens das vordere Teil gleich fertig ja angucken wie es aussieht von außen aber es sieht schon geil aus ja ist das Connect ich habe die Energie einfach nicht eingeschlossen von Gehirn kriegt jetzt Energie so das ist jetzt angeschlossen das ist angeschlossen das brauchen wir da hinten noch einen holi shit wollen wir möhren aua aua spinne so so jetzt haben wir die drei Felder definitiv mit Dings voll dann da brauchen wir eh eh nicht da haben wir schon brauchen wir noch da hinten einen Rancher für die Schafe haben wir noch einen Rancher ich habe noch vier Rancher gebaut wo ist der letzte hä hä guck mal ich habe hier eine Babykuh doll mal kurz gucken ja hier ist die Babykuh Moment 1 2 3 4 oh ich habe hier schon eine Rancher ne achso ne ein 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 Brüder ne der ist schon drin ahhh das ist das Problem die Ursache für mein Missverständnis da habe ich ja ein Problem das wäre warte ich muss das ja außerhalb des Schiffs machen ich muss das Kabel außerhalb des Schiffs legen warum weil hier hinten noch eine Farm ist ich meine wie wird das denn hier alles hinten in ein Schiff integriert hä wo bist du eigentlich hier hinten bei der letzten Farm da hinten bist du auch außerhalb des Schiffes gegangen auf der anderen Seite ist mir also scheiße gegangen sobald du nur ein Blockkabel da durchmachst guck hast du hier auch auf der Seite gemacht guck Moment solange du es symmetrisch machst ich versuch's du musst das schon symmetrisch machen ok das ist jetzt ne Aufgabe du musst einfach die Löcher da rein machen an die gleichen Stelle 1 2 3 4 5 ja hoch hier muss das Loch rein achso ja ist der Pan an der anderen Stelle ich weiß nicht ob der auf der richtigen Ebene ist und hier muss das Loch rein ok ich bleibe jetzt nicht auf der richtigen Ebene kann das sein ich hab das genau auf der gleichen Höhe das heißt ist der denn ja ich denke mal dann ist der auch da 1 der ist der wahrscheinlich hier ne ja ok würde zu mir Sinn machen ich hab's jetzt echt die Löcher nicht so gemacht ey ich find das voll krass wie weit die Glasfaserkabel reichen das ist mir doch scheißegal ja ich wüsst nicht so krass wie weit das reicht ich weiss so krass wie weit es reicht ja wie hab ich das ME-kabel da lade ich den schon boah alter wie einfach dieser Balkon eh still drin bleiben kann mhm Übertrieben. Ernsthaft, das passt perfekt. So, dann wollen wir mal beizen. So. So. Na, 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 na. Musik. So. Hm. Was denn jetzt da ist? Aber wenigstens. Nein. So. Ich glaube, alles ist verbunden. Ich bin mir auch nicht sicher. Da ist verbunden, da ist er verbunden, da ist verbunden, da... Da müsste auch verbunden sein. Ja. Da ist verbunden und da ist verbunden. Ja. Geh mal weg, du bist zum Weg. Jetzt brauche ich nur noch zwei Harvester und zwei Planter. Brauchen wir außer Weizen und Karotten eigentlich irgendwas? Nee, ne. Ich frage es, wo mache ich die Felder hin? Wo ist noch Platz für zwei Felder? Weiß nicht. Nein. Nein. Oder soll ich diese dreieckigen Dinger da hinten nehmen? Quatsch, machen. Ist ja gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Ich frage es, wie kommt man da hin? Ich frage es, wie kommt man da hin? Wobei muss da eigentlich gar nicht hin kommen. Okay. So, heißt, wir brauchen noch mehr Zaun. Und noch Zaun? Nee. Warte. 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 Lass das einfach zu. Wie? Oh, mein Jetpack ist gerade leer gegangen. Glaubst du da reichen? Ja, helppi. Helppi. Was denn? Mein Jetpack ist leer. Mein Jetpack ist halb leer, aber ich werfe sie runter. Oh, wie ein cooler Style. Du bist aber gar nicht hängen da unten. Du bist aber gar nicht hängen da unten. Alter, war ganz limitan voller Holz. So. Danke. Jo. Wir haben echt kein Holz mehr da drin. Äh, keine Sticks. Holz schon. So. So. So, soll der schwer reichen. Jetzt brauch ich mal wieder zwei Export Massen. Urgh. Vega. Liebe. Julia guck mal, das Vortum Schiff ist gleich fertig. witzel eigentlich noch überall wieso aber nicht reizt ihr wisst euch noch covered drunter setzen wenn man die erde nicht sehen wahrscheinlich ach so hier ja kann ich mal weil erde ist halt nicht so geil noch wenn das nicht das liegt gerade so weit wie das aussieht wenn ich wenn ich zwei export basse mache an die haben es da an die planter oder jetzt beispielsweise und karotten rein laufen lassen sobald die voll sind wird dann an die anderen geliefert oder wird hälfte hälfte gemacht ja okay das geht ja auch noch zwei noch noch mal zwei export wasser ich weiß dass ich eigentlich wissen wie die gehen ist vielleicht vor mir gedanken machen soll wie viel ich brauche wer viel zu einfach gewesen und silikon wie gehen wir mal silikon ich vergesse jetzt mal wie silikon geht ach quatsch das haben wir bestimmt noch richtig viel so gut wie nichts mehr und wieder quatsch wieder reparieren manch mag den regen nicht ich bin froh oh scheiße wenn hier ein blitz einschlägt ne wer kacke ich wollte gerade sagen wir sind sicher weil das ist mir eingefallen das ist ein holzhaus wenn hier ein blitz einschlägt wer scheiße alter wird ja alles abfackeln naja nicht dass wir kein holz mehr hätten aber ich glaube nicht dass ich das nochmal bauen würde ja eben wollte ich auch gerade sagen also ich würde das nicht an der Stelle nicht nochmal reparieren schon wieder vergessen ich bin ja 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 so da 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 kommen die sich in matrix ne ne Version Matrix Oh, endlich kann der Zaun weg! Mit meinem E-Kabel hab ich noch, oder? Hab ich noch, hab ich noch? Nice! Der Zaun da vorne? Ja. Finde ich aber nice eigentlich. Auch schade. Ja, das bringt's aber. Ich wär's guter, wenn man da so reingucken kann. Ich nicht. Okay. Schade. Weil das Sinn hat, dass das da hinkommt. Ja, klar. Wen du meinst, dass es gut aussieht, dann... Nein, 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 da kommt ja noch was hin, ich bin dann fertig. Naja, ne, ne. Auch wenn du meinst, dass es so gut aussieht, dann kannst du es auch so lassen. Ich sagte ja nicht, was du zu tun und zu lassen lassen beim Bauen. So. Da und dann noch Eisen. Nochmal zwei Melikale. Ja, nochmal zwei Export-Basse. Nice! So. Und noch einen Harvester und zwei Harvester und zwei Pläne. Harvester. Oh, yay! Das hab ich ja voll schon getraftet. Oh, ich kann jetzt mal wieder hinsetzen. Oh, ich kann jetzt mal wieder hinsetzen. Ich war jetzt grad noch nicht. Nein! Noll! Hast du das so gemacht? Oh, jetzt wird er direkt getan. Nein! Der ist bei mir erst bei das Crafty gezert, äh, resettet. Ich hab mich auch nicht zu fragen, was los war. Ähm... Dann brauch ich dann insgesamt... Ja, mit zwei. Nein, das kann ich machen. Nimm Stone. Stone. Nee, ich brauch nochmal... Oh, ich vollidiot. Ich brauch noch mehr davon. Aber ich jetzt nicht. Stone. Und dann durch die Flette hier. Und dann durch die Flette hier... Brötchen wir disappear. Dann... Brötchen wir ins Team. Jetzt hast du es gehört. die Wasserwolber brauche ich gar nicht, aber ok zwei Harvester dann die Planter ging doch genauso, oder? ja brauche ich nochmal zwei Pistons Piston ich kann immer mal... Alter ich hab mich grad so verkraftet also ich hab die ganze Zeit die falschen Sachen rausgenommen hier ist alles gut? ja hier? ja schwer was denn? das ist da oben ein Pricks was? eigentlich war ja nochmal welche sooo du siehst was ich hier mache, oder? Moment gleich, warte ne, ist gut dass du es nicht siehst das klingt viel versprechend so weil es sieht hier unten besser aus als oben was denn? lol what the fuck Wasser warum ist da Wasser? sieht hier unten besser aus als es oben aussieht ja unten siehts nice aus aber oben siehts komisch aus es soll aber so aussehen naja aber oben geht eigentlich auch so ein Wasserfall als ob die schon wieder kaputt ist die Pumpe der Wasserfall entspricht einem Schiff das ist das ja, ist schon mal das Ergebnis der Welt ja, natürlich das Schiff fährt in den Wasserfall, was es selbst produziert ja soll ich schlafen bitte, damit der Regen aufhört jo da muss ich erstmal durch die Wasserfall wieder raufkommen oh ne, jetzt hab ich den Zaun weggemacht heute hier Leute, wenn ihr möchtet, könnt ihr hier den Link haben ups ich hab noch den Link vom Penisbild in den Zwischenausfall ups ich wollt grad diese ich wollt grad dieses Schlaf-Dings wieder machen weil die ganzen Zs weiß ja was wir sehen das sieht geil aus sogar wenn du jetzt mal nicht die Kabel anguckst ne du hier stehst ja ja wenn man, Moment, Moment wenn man, wenn man, wenn man, wenn man so hier stehst, so ja, das sieht gut aus also hier so, hier hier ja, da sieht's richtig geil aus wollen wir, wenn du das mal anguckst, so ne ich seh nix Aua du musst von da unten durchfliegen sonst hat das kein Swag das ist kein Swag Julian, wo bist du? oben drauf nein, du musst unten durch ich kämpfe gegen ein Monster LOL das ist ja geil der Creeper hm? der Creeper danzt im Wasserfall yeah, yeah I'm dancing glaub ich hör jetzt auch auf warte noch, warte noch, lass mich ganz kurz und dann kannst du ja du kannst du ja du kannst ja du kannst ja du kannst ja die CF-Pallets machen richtig und wenn ich das hier hinten gemacht hab, dann hab ich alle Farben in dieser Folge gemacht äh, dieser Aufwand ich hab aber auch eine Holzfarbe gemacht ja das stimmt kann es sein, dass eine Holzfarbe sogar noch mit gefüllt wird von dem, meinem Brenter ja, ja, ja wird aber das ist kein Problem, weil trotzdem genug Rubbertreet rauskommt ok wir brauchen mehr, 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 mehr Erde mehr, 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 mehr das ist ein Dirt-Shift geworden Volk, wie sich das auf der Karte andauert, verändert, wegen den ganzen Bäumen das ist halt echt so, lol wirst du den Server laufen? äh, ja, wahrscheinlich ach, kein Wunder, dass wir so viel Holz hatten ja, aber die Energie wird ausgehen deswegen, äh wird da, ne oh, ich hab den Server zwischendurch ausgemacht, weil es zwischendurch andere, weil ich bist du beantwortet, ob es deswegen, weil ich es beantwortet geleckt hat ja, trotzdem oh, ey, sobald wir Solar Panels sind genug haben, ne und das aber durchläuft viel zu viel Rubber und Holz jo warum hab ich jetzt da fehlt Gras übrigens noch, bei den Tierfarben, ne ja, ich weiß kannst du vielleicht welche suchen oder herstellen es gibt doch ein paar Minimstone und wie die das machen, oder? äh, ich ich bin grad wieder ineffizient äh, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ne ho so also da muss ich auch so ein Wasser reinmachen, oh oh, da war ja was jetzt solltest du vorne alles haken, damit der nicht überall, da die ganze Zeppelix implanted oh, das ist sehr ineffektiv, hä okay, heißt das sind 1, 2, 3, 4, 5 da müsste das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, boah alter, das wären ja immer mehr ja da war bei Trees ja klar, vermert sich doch gut so ähm jetzt ist die Landebahn blockiert jetzt fällt man in einen Baum, wenn man zu lange fährt wir brauchen den Flats-Mod hier drauf unbedingt du musst einfach die Map behalten und dann, äh wo die ganzen Mods hier drin sind und da noch Plans-Mod drin ist quasi einfach das Projekt hier, um darum ergänzen ja geht auch ist quasi genau das gleiche mach was na was wenigstens haben wir jetzt ein Brot yay kannst du das nicht mal ein Lesbian Minecraft nachbauen ja, klar auch mit der Landebahn natürlich Alter, wie unfug war es jetzt eigentlich grad von mir hier Wasser hin zu machen hahaha what the fuck what the fuck egal läuft das was jetzt auch runter? nein, 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 ich hab da extra was zu kommen wenn möchtest können wir das runter auf die Sünden machen, aber so